Hallo, hier in den fast leeren Raum. Martin Kohlstedt mein Name. Ich freue mich, Teil der CO-Pop XOXO Reihe zu sein. Und nicht nur das, man hat jetzt ein komplettes Jahr lang Musik für sich gemacht und mit sich walten lassen. Und ich freue mich tierisch, dass mein Album Flura beispielsweise, was bis jetzt noch ganz allein und undiskutiert bei mir herumliegt, jetzt endlich, ja, nach draußen kommt und sein darf. Ich werde jetzt einfach ein halbes Stündchen abtauchen. Ich weiß nicht genau, wo es hinführt, aber freue mich da auch einfach neue Stücke einzubauen. Leht euch zurück, was auch immer. Bis später. Applaus Schönen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020